Sie ist angeblich schon älter geworden, sorry. Wo ist denn die Susanne? Ist sie überhaupt noch hier? Wo? Da unten, hinterm, hinterm. Ah, jetzt sehe ich sie! Eine junge Frau, bitte, da habe ich alles falsch gemacht. Macht nicht. Aber wissen Sie, es ist uns ein Heiligtum. Es geht nämlich nur mit einem Scharmengottet, außer mit einem großen Orchester. Und sonst geht es nur mit einem Scharmengottet, diesen Walzer zu spielen. Ich würde mir sehr wünschen, wenn wenigstens am Anfang der Pianissimo-Stelle es wirklich so leise ist, dass man das auch genießen kann. Bitte seien Sie nicht so ignorant und tun Sie über das Pianissimo, nur bei kein Text dabei ist, drüber gewaseln. Das können Sie beim Birten auch umsägen, bitte. Ich danke Ihnen. Applaus Vielen Dank. Applaus Vielen Dank. 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 Vielen Dank.